Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem es um den zweiten Teil von meinem neuen Video-Setup geht. Und zwar geht es diesmal nicht wirklich um was, was an der Kamera dranhängt, sondern um einen Schritt weiter. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Denn ich habe das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass mit diesem Monitor es eine viel bessere Möglichkeit gibt, das eigene Bild zu beurteilen. Tatsächlich sehen, was man gerade filmt, was man gerade fotografiert. Geht ja prinzipiell auch für Fotografen, auch wenn die es meist ein bisschen einfacher haben als die Filmer. Aber das können wir jetzt nochmal auf eine nächste Stufe setzen. Weil hier gibt es zwei Antennen und mit diesen beiden Antennen können wir uns drahtlos woanders hin connecten. Und das ermöglicht jetzt unglaublich vieles, weil es gibt dazu jetzt, also klar den Mars M1, das ist der eine Teil, den ich das letzte Mal schon so ein bisschen vorgestellt habe. Wir haben jetzt auch noch die 4K-Variante, Mars 4K. In einem typischen Paket ist hier sowohl ein Transmitter als auch ein Receiver, umgekehrt. Ein Transmitter als auch ein Receiver sieht man hier unten mit drin, die in dem Moment nichts anderes machen, als ein HDMI-Signal oder ein SDI-Signal in 4K dahin zu übertragen, wo wir es gerne hätten. Und ich formuliere das absichtlich so ein kleines bisschen vage, weil dadurch grenzenlose Setups möglich sind. Also wir werden es jetzt gleich mal auf die Spitze treiben, weil ich werde den Transmitter einmal auf die Kamera setzen und wir gucken mal, wie viele Receiver wir in dem Moment einfach dran bekommen. Hierzu ist das Setup relativ einfach. Wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten sogar, wie wir das ganze Teil mit Strom versorgen können. Auf der einen Seite kennen wir ja das schon hier mit einem ganz normalen Stromstecker, also DCI-In über die Steckdose, das ist hier irgendwo unter dem Schreibtisch verkabelt. Funktioniert das? Im Vergleich zum Monitor kann man es sogar festdrehen, dass man das hier nicht mehr verliert, dass das fix gemacht ist. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist wieder unser gewohnter Akku, auch wieder die Variante, wenn ich es anmache. Moment, man sieht hier neben schon, das Display ruchtet. Ich habe den Akku drin, das kennen wir ja vom Monitor auch noch, und ich ziehe den Stromstecker raus. Komm schon, jetzt habe ich ihn zu fest gedreht. Zack, das Teil läuft weiter, gleiches Thema. Ich stecke den Stromstecker wieder rein und ziehe den Akku und es läuft immer noch weiter. Also es sucht sich seine Stromquelle ohne Probleme. Jetzt gibt es im Vergleich zu dem Monitor vom letzten Mal noch einen Sprung weiter, weil ich kann das auch per USB-C machen. Das heißt, jedes Handyladegerät, jedes, außer die von Apple, jede Powerbank und was auch immer, sobald es Strom über USB-C liefern kann, kann es dieses Teil betreiben. Und das heißt, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass noch irgendwelche Wünsche offen werden, wie man das mit Strom betreiben kann, außer Solarpanels. Aber die gibt es auch für USB-C. Eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das war es im Endeffekt. Also das Teil ist mit Strom versorgt. Da gibt es auch nochmal so einen mitgelieferten Böbel, dass man das in dem Moment auf die Kamera setzen kann. Entweder so für den Blitzschuh oder man hat auch hier die Möglichkeit, ein ganz normales Stativ dran zu schrauben. Oder eine Stativschraube, kann man ja auch mit der Kamera connecten. Kommen wir noch zu, kommen wir noch zu. Und ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Eingangssignal. Und zwar HDMI oder SDI. Das sind die beiden Varianten, die das Ding in dem Moment unterstützt. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir werden HDMI-Signal hier reinschleifen und gucken, wo es ankommt. Okay, ich habe das mal an ein langes Kabel gehängt, damit man hier auch so live mitverfolgen kann, was ich hier so veranstalte. Weil ich möchte auch zeigen, wie einfach es ist, diese Geräte zu connecten. Also, wir haben hier jetzt den Transmitter. Über den Transmitter wird jetzt das Videosignal prinzipiell an jedes Empfangsgerät geleitet, was wir haben wollen. Wir sehen hier wunderbar, Eingang, 4K, 30 FPS, alles da. Genauso wie die Kamera momentan aufnimmt. Und jetzt nehmen wir uns einfach unseren Monitor. Das ist nämlich so das Einfachste, wo man direkt was sieht und nehmen unser erstes Gerät mit dazu. Hierzu stelle ich den Monitor auf Receiver. Der kann nämlich beides, der kann senden und empfangen. Und muss die eigentlich nur noch parren. Das funktioniert hier übers Menü. Und dann habe ich das Bild hier drüben. Ich habe den jetzt vorher schon mal gekoppelt. Dementsprechend läuft das relativ easy. Hat jetzt 2-3 Sekunden gedauert und das Signal war da. Ich kann jetzt hier beispielsweise live hergehen und kann zum Beispiel hier so ein Lat hinzufügen. Dass man mal sieht, wie das Video später aussehen könnte. Das jetzt wahrscheinlich... Ich werde nachher das Video, was ich jetzt in Log aufnehme, graden. Das heißt, das hier wird doppelt gegradet und man sieht eigentlich gar nichts. Trotzdem, coole Sache, es wird drahtlos fast live übertragen, was ich in dem Moment hier in der Kamera sehe. Da ist natürlich immer so ein kleines bisschen Zeitabstand zwischendrin. Das heißt, es muss ja nicht nur durch die Kamera, sondern es muss auch noch durchs Kabel, durch das Gerät und durch das Gerät hier rüber übertragen und durch das Gerät auch noch angezeigt werden. Also es ist keine Echtzeit, aber das stellen wir doch mal auf die Probe, wie groß dieser Abstand tatsächlich ist. Und da gibt es doch eigentlich eine mega geniale Idee. Okay, das war vielleicht ein kleines bisschen Realitätsfern. Aber wir haben jetzt ein Setup, das tatsächlich relevant ist für die Leute, die drahtlos übertragen, brauchen tatsächlich, uns überall sehen müssen und so schnell wie möglich sehen müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für normale Verwendung, das ist der drahtlos Monitor, das ist der, der direkt per HDMI angeschlossen ist. Das ist genauso wie der hier, also das HDMI-Kabel geht in den Monitor rein und wird von daher einmal hier in der HDMI geleitet und einmal drahtlos hier rüber in den Empfänger und sogar auf die Handy-App. Das gibt es nämlich auch und ich sage mal, wenn man jetzt alles drei dazu hält und ich jetzt hier einmal mit dem Arm durchgehe, auf dem Smartphone ist es gefühlt ein bisschen langsamer. Man merkt, da sind leichte Verzögerungen drin, aber ganz ehrlich, ich glaube, das liegt mehr an dem, das HDMI-Signal muss von der Kamera in den Monitor und vom Monitor in den Monitor und von dem Monitor noch ausgegeben werden, als an der drahtlos Verbindung. Du hast immer eine Verzögerung. Okay, jetzt muss ich den Stream hier, glaube ich, auf FSK18 stellen, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich habe eine bessere Methode. Okay, so viel dazu. Thema Latenz, klar, es kann niemals Echtzeit sein, das wäre auch ein bisschen eigenartig, es ist immer ein bisschen Verzögerung drin, aber warum ist es jetzt wichtig, sein Videosignal irgendwo drahtlos hinzuübertragen, außer dass es halt eine schöne Spielerei ist? Ganz einfach. Nicht nur, weil ich die Möglichkeit haben will, vielleicht Setup-mäßig mich so aufzubauen, wie ich es gerne hätte, keine Ahnung, ich will den Monitor irgendwo hinhaben, wo ich kein Kabel hinlegen kann oder sowas in der Richtung, wäre ja auch machbar, also keine Ahnung, ich habe es auf einer Ronin und die Ronin ist so, dass ich kein Kabel an den Monitor legen kann und den Monitor habe ich irgendwie hier unten. Wäre eine Option. Viel interessanter ist es aber, wenn man mit größeren Teams arbeitet und an größeren Projekten arbeitet und gerade beim Filmen ist das nichts Ungewöhnliches, dass man halt zwar Kameramann ist, aber beispielsweise einen Regisseur dabei hat, der sich das Bild auch live anschauen will. Und das geht natürlich auch im Nachhinein, das habe ich bisher immer so gemacht, dass man gesagt hat, hey, wir schauen uns das einfach später nochmal an oder wenn wir eine fixe Situation haben, haben wir einfach einen Monitor so nebendran gestellt, geht alles, aber es ist nicht das gleiche, wie wenn es live sein würde. Und das probieren wir jetzt weiter, weil ich habe ja prinzipiell noch ein Gerät. Ich habe jetzt den Monitor dranhängen, ich habe hier noch einen Empfänger, der aktuell nichts macht, den man noch dazuschalten könnte. Und glücklicherweise bin ich vorbereitet, weil das ist so ein kleines, das ist zwar cool, ne, und prinzipiell könnte ich an diesem Monitor noch eine HDMI-Quelle dranhängen, weil er ja hier auch nochmal zwei HDMI-Anschlüsse hat, aber wir wollen das ja drahtlos machen. Also, diesmal der Receiver, hier ist immer noch der Transmitter, der schön an diesen Monitor überträgt und jetzt schalten wir den einfach noch mit dazu. Einmal anschalten, der braucht ein kleines bisschen, HDMI-Kabel einstecken, so einfach sollte es im Prinzip sein. Es kann sein, dass die Geräte nochmal neu gekoppelt werden müssen, das werden wir jetzt einfach gleich mal sehen. Komm schon. Ich habe ihn im Übrigen auf der Outdoor-Channel-Suche, aber dazu sage ich gleich was. Ähm, okay, ich muss etwas umplanen. Der Monitor hier kann kein 4K. Glücklicherweise kann es der hier. Das heißt, wir haben jetzt ein drahtlos HDMI-Signal und ein zweites drahtlos HDMI-Signal, das beides von dieser Quelle kommt. Beide werden in dem Moment, der liegt hier drüben, oh, er ist noch im Bild, wunderbar. Und, ähm, ja, wir können zwei Empfänger mit reinnehmen. Das heißt, ich könnte in dem Moment das Ganze einem Regisseur in die Hand drücken oder einem Fokus-Puller beispielsweise, dass jemand noch einen Monitor hat, der in dem Moment nur für den Fokus zuständig ist. Je nachdem, wie groß die ganze Sache sein will. Oder ich kann beispielsweise hergehen, wenn ich ein Fotoshooting habe und nicht immer ein Kabel hinter mir herziehen möchte für Tether-Shooting, dass ich irgendwo einen riesen Monitor hinstelle und live während dem Shooting meine Bilder präsentieren kann. Das eröffnet jetzt nicht grenzenlose Möglichkeiten, aber doch schon einige. Ich kann beispielsweise während einem Fotoshooting live Bilder auf dem Monitor zeigen, ohne dass ich ein Kabel ziehen muss, weil im Endeffekt reicht das auf der Kamera vollkommen aus. Oder der Monitor, wenn man ihn so in dem Moment verwenden möchte, der kann nämlich auch senden. Die können alle sich gegenseitig senden, empfangen und sowas in der Richtung, außer die Geräte. Die beiden sind fix, steht ja auch nochmal drauf, das ist ein Receiver, ein Transmitter, da kann man nichts ändern, aber bei dem Monitor funktioniert das. Und ich kann die so untereinander connecten, wie ich gerade lustig bin, wie ich es gerade brauche. Könnte prinzipiell auch das Handy mit einer App connecten, um auch noch jemanden zum Zuschauen zu bringen. Und die könnten alle live zuschauen, was ich in dem Moment gerade mache. Das ist jetzt bei Fotoshootings eine geile Sache. Bei Filmdrehs macht es das Leben um so vieles einfacher. Überleg dir mal, du bist Regisseur von deinem Film und schaust dem Kameramann zu. Am besten vielleicht auch noch mit zwei Geräten, dass man zwei Monitore gleichzeitig hat. Und du siehst live ein 4K-Signal. Also wirklich so live. Klar ist das jetzt so eine halbe Sekunde verzögert oder sowas in der Richtung gefühlt. Keine Ahnung wie viel genau, ist ja eher so ein praktischer Erfahrungswert. Aber das hier ist 4K. Und das ist eigentlich das, was mich so mega beeindruckt. Weil zwar ist das auch ein 4K-Signal, aber nur ein HD-Monitor. Hier sehen wir es jetzt endlich mal in der vollen Auflösung. Wenn auch nicht gegradet. Also, ihr seht es schon, ich sehe es nicht. Anderes Thema. Wir haben jetzt noch zwei Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier mit reinbringen. Weil die Teile haben einen Lüfter, den man auch nochmal genauso wie hier ausschalten kann. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auf Lebensdauer oder Akku oder sonst irgendwas auswirkt. Muss mal ein bisschen gucken. Ich würde ihn nicht dauerhaft auf ausgeschaltet lassen. Nur dann, wenn es zwingend notwendig ist. Und wir können noch einstellen, wie schnell das Ganze hier läuft. Es gibt nämlich drei Modi. Ein Balance-Mode, der so zwischen Qualität und Geschwindigkeit wählt. Dass da so was zwischendrin ist. Einen Quality-HD-Mode heißt der in dem Moment. Der dafür sorgt, dass egal wie viel Zeitverzögerung in dem Moment stattfindet, immer das perfekte, perfekt möglichste Bild übertragen wird. Und wir haben einen Speed-Mode. Bei dem Speed-Mode, der ist eher so, es ist okay, wie es aussieht. Kann vielleicht auch mal schlechter sein. Hauptsache, ja, es kommt was an. Und es kommt so schnell wie möglich an. Und das bringt mich jetzt eigentlich zum nächsten Punkt. Weil schön, dass wir das alles drahtlos verschicken können. Und dass ich das hier zeigen kann, während die hier nebeneinander liegen. Aber das bringt ja keinem was. Weil das ist ja nicht die Realität. In der Realität sind die nicht nebeneinander. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Jetzt ist die große Frage, die ich mir natürlich als erstes stelle. Es ist was mit Funk. Wie ist denn die Reichweite von diesem Ding? Weil ich kenne es von Drohnen. Wenn man dann Drohnen fliegt, gerade wenn es jetzt vielleicht noch ältere sind. Oder wenn irgendwie, wenn man hat ein Funk-Mikrofon, weißt du, alles läuft mit Funk. Trotzdem kann man sich darauf verlassen. Und wie weit geht das Ganze? Ich bin deswegen extra wohin gefahren, wo wir vielleicht nicht 400 WLAN-Signale gleichzeitig haben. Um mal auszuprobieren, wie weit ich mit dem Monitor einfach von meiner Kamera weglaufen kann. Und trotzdem noch ein Signal habe. Dafür braucht man im Übrigen beides. Also ihr braucht irgendwas, was sendet. Und ihr braucht auch den Monitor, der empfängt. Und wir testen das jetzt mal. Gut. Eigentlich relativ easy von jetzt auf die Funkstrecke gegangen. Man sieht mich jetzt auch hier. Also das ist mehr oder weniger live. Probieren wir es. Okay, ich muss das jetzt mit dem Handy aufnehmen, dass man das überhaupt erkennen kann. Weil ich bin nur dieser ganz weiße Fleck da hinten. Und damit ich eine Tonaufnahme habe, weil ich habe kein Mikrofon mitgenommen. Und es fängt an zu regnen. Könnte es noch einfacher sein. Coole Sache. Ich sehe ja jetzt nicht die ganze Zeit mich auf dem Bild. Ich bin irgendwann einfach zu weit weg für dieses Objektiv. Aber wir gehen ja mal noch ein Stück weiter. Ein kleines bisschen noch. Ich sehe ja live. Der nimmt ja auf. Also wir sind bei einer Minute 45, 46. Die Zahl ist ja die, die sich verändert. Und ich rechne die ganze Zeit schon damit, dass es endlich mal aufhört. Aber es hört nicht auf. Hallo? Kannst du mal aufhören? Also zum Kontext. Moment. Gucken, ob ich vom Handy da so nah ranzoomen kann. Da steht die Kamera. Und wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Ich sehe jetzt. Oh, es ist eingefroren. Gerade eben war es weg. Gerade eben war es weg. Angegeben ist das Ganze mit 150 Meter. Mal gucken, ob er es jetzt automatisch wieder findet. Wenn ich jetzt zurücklaufe. Also hier war jetzt gerade der Punkt, wo es weggegangen ist. Gerade, wo ich gezeigt habe, wie weit die Kamera weg ist. Das sind jetzt nicht wirklich. Sind das 150 Meter? Keine Ahnung. Erfindet es jetzt auch automatisch nicht mehr. Müsste man mal ausprobieren. Aber gut. Ich sage mal ganz ehrlich. Es ist ein 4K-Signal, das wir über eine WLAN-Funkverbindung übertragen müssen. Und es lief tatsächlich bis zur letzten Sekunde durchgehend flüssig. Es war nicht so, dass es irgendwann verpixelt wird oder sowas in der Art. Es ist halt einfach abgebrochen. Es war einfach nur weg. Die sollte. Ja, die läuft. Ich habe ja einen Monitor in der Hand. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Grundsätzlich. Von der Entfernung her. Absolut in Ordnung. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass man dann so weit, kilometerweit weg da gehen kann oder sowas in der Richtung. Ist ja auch gar nicht der Background. Man merkt das ja auch, dass wenn man, keine Ahnung, mit einer Drohne fliegt oder irgendwas anderem, was ein Bildsignal drahtlos überträgt, dass man relativ schnell an eine Grenze kommt. Und das Bild halt einfach mega runterpixelt. Finde ich sehr gut, dass er das hier nicht macht. Dass er wirklich sagt, hey, ich zeige dir immer die beste Qualität an. Weil vielleicht will man das Signal in irgendeiner Art und Weise aufnehmen. Und dann ist das wirklich relevant, dass es eben nicht verpixelt. Weil dann sieht es ja scheiße aus. Und absolut in Ordnung. Ich bin begeistert. Was ich jetzt noch testen werde, ich habe ja nicht nur den da, den Sender, sondern ich habe den Empfänger auch noch. Äh, irgendwo. Hier. Und die sind antennenmäßig ein kleines bisschen besser ausgestattet. Also, weiß nicht, sollte eigentlich einen Unterschied machen. Weiß auch nicht, ob es einen Unterschied macht, die Antennen auf den Monitor drauf zu schrauben. Aber ich will mal gucken, ob die hier deutlich mehr Reichweite haben. Ob das einen großen Unterschied macht, jetzt auf das Drahtlosteil hier rüber zu gehen. Weil das kann man ja prinzipiell auch an jeden HDMI-Punkt anschließen. Okay, ich stehe jetzt an der gleichen Stelle wie vorhin und habe festgestellt, es gibt keine große Verbesserung. Moment, wir haben einen Balken wie genau vorhin. Ähm, und ja, ich habe jetzt zwar keine Pixel gefunden. Das sieht genauso aus wie eben gerade auch. Und, ähm, ja, was ich aber hatte, ist ein kurzer Ruckler. Ich bin, glaube ich, von 43 auf 47 gesprungen. Und mal gucken. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt wie vorhin einfach mal weiter und wir gucken, wann das Signal... Jetzt ist er stehen geblieben. Hier. Fünf Minuten zehn. Die zwei Schritte haben in dem Moment gereicht. Der zeigt zwar jetzt einen Balken an, aber, ja, ist eigentlich... Jetzt geht er weiter. Hier. 12, 23, 24. Es geht wieder. Also, man merkt, das ist so ein bisschen ruckelig. Aber das, was ankommt, ist auf jeden Fall qualitativ hochwertig. Also, es wäre nicht so, als würde, ja, der die Bitrate runterdrehen, dass er noch ein bisschen mehr Empfang rausholt. Ich meine, gut, du stürzt in dem Moment auch nicht mit deiner Drohne ab, weil dein Bild stehen geblieben ist. Und, ja, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe jetzt hier da vorne an der Bank gestanden und ganz da hinten steht die Kamera. Das sind problemlos 100 Meter. Also, auch hier wieder schöne, einfache Geschichte, wo ich sage, easy zu connecten, nicht 100% perfekt. Aber welches Gerät ist das in dem Moment schon? Ich bezweifle jetzt, dass ich mal mehr als 80 Meter in dem Moment brauche. Wobei, es kann natürlich sein, dass diese Empfangsreichweite variiert, je nachdem, wo man in dem Moment unterwegs ist. Was für Drahtlossignale vielleicht noch in dem Moment mit reinkommen, weil die in dem WLAN-Bereich, glaube ich, 2,4 oder 5 Gigahertz-Bereich senden. Das bedeutet auch, dass man mit WLAN-Netzwerken konkurriert. Deswegen haben die automatische Channels und switchen auch gerne mal zwischen diesen Channels. Der hier ist jetzt aktuell auf Kanal Nummer 5. Also, ich will aktuell hier, keine Ahnung, mit meinem eigenen WLAN, mit den WLANs, die hier so in der Gegend rumschwirren, als den störungsfreisten rausgesucht, wo es am besten funktioniert. Die wechseln aber auch gerne mal. Das kann man denen auch abgewöhnen, man kann denen auch einen fixen Kanal zuweisen. Aber ich finde diese automatische Variante ein bisschen besser, auch wenn es mitunter länger dauern kann, bis sie sich untereinander finden. Wenn man die 3, 4 Sekunden hat am Anfang, bis sie sich gefunden haben und mal durch alle Kanäle durchgegangen sind, ist das eigentlich relativ easy. Also, Reichweitentechnisch absolut in Ordnung. Latenzmäßig könnte es wahrscheinlich bessere Geräte geben, aber nicht zu dem Preis. Und ich finde es absolut okay. Wobei, ich habe die Drahtlos-Geschichte noch nicht in der Praxis angewandt und habe die Drahtlos-Geschichte auch noch nicht so in der Praxis angewandt, dass ich sage, ich hätte darüber einen Fokus einstellen müssen. Das könnte nämlich ein bisschen in die Hose gehen. Aber gut, das ist jetzt die Entscheidung von jedem selber. Wenn ich Fokus-Puller wäre, hätte ich gerne ein Kabel-Display, da wäre ich definitiv safe. Aber so oft habe ich das glücklicherweise noch nicht machen müssen. Doch, wir werden sehen, wie es sich praktisch anwendet. Ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ihr könnt euch die jetzt mal anschauen, wer da sowieso mit dem Monitor liebäugelt. Es ist eine super Ergänzung dazu, weil es bedeutet, dass der Monitor nicht zwangsweise an der Kamera hängen muss, damit ich ein Bildsignal bekomme. Und ich kann dieses Bildsignal einfach überall hinsenden. Auf einen 4K-Monitor, auf einen Fernseher. Und ganz ehrlich, wie geil wäre es denn, wenn jemand ins Studio bei euch reinkommt und ihr sagt, hey, komm, wir machen ein Shooting und ich zeige dir im Übrigen die Bilder auf dem gigantischen Fernseher und zwar drahtlos. Geht prinzipiell auch anders, aber das fände ich richtig super. So direkt live auf der Kamera und man kann da zusammen durchswitchen, ohne jetzt noch an den Rechner gehen zu müssen. Und das Tether-Shooting funktioniert nicht und das Kabel fliegt raus. Und oh mein Gott, was da schon alles passiert ist. Ich finde die Variante echt geil. Noch so mit so einem Latt drüber, dass man das aussieht, als wäre es bearbeitet. Coole Idee. Okay, soviel dazu. Video 2 von meinem neuen Video-Setup. Video 3 und Video 4 steht jetzt noch in den Startlöchern. Da werde ich mich auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal bei euch melden. Könnte mitunter ein kleines bisschen länger dauern. Aber ihr werdet hier definitiv noch weiterhin mit Videos versorgt. Also, und wer zum Thema Video, zum Thema Filmen einiges lernen möchte, vielleicht auch zum Thema Video-Bearbeitung, wie ich dieses Video hier gegradet habe zum Beispiel. Ich nehme jetzt auch gleich noch alles, was neu ist in DaVinci. Es gab nämlich eine Update auf Version 16.1. Da ist so viel mehr dazugekommen. 18.1. 18? 16? Jetzt müsst ihr nachgucken. Es gab nämlich ein Update auf DaVinci 18.1, was aus meiner Sicht fast schon so groß war, dass man hätte DaVinci 19 draus machen können. Es ist cool. Ja, kommt noch. Kommt in den nächsten Tagen. Schaut euch auf jeden Fall den Videokurs an zum Thema DaVinci Resolve, der immer auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Und den Kurs zum Thema Filmen, wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Das ist eine richtig coole Sache. Da erfahrt ihr alles, was ihr so als Basic braucht. Und sehr viele Anwendungsbeispiele, wie ich meine Videos erstelle. Und zwar nicht nur die hier für YouTube, sondern auch die für meine Kunden zum Beispiel. Alright, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.